So, kleiner Nachtrag zum Video. Wer sich also fragt, wie man denn den Dell wieder gescheit zum Laufen bringt, dass das fluffig läuft. Ich habe hier ein XFCE Desktop gewählt. Hatte ich gerade da. Auf der Linux-Welt ist ein Debian-System drauf. Hier waren es Debian 7.4 XFCE in der 32-Bit-Version. Das habe ich mal installiert. Und wir sehen hier unten, wenn ihr es denn erkennen könnt, ich mache es mal ein bisschen woanders hin. Meine Lampe stört es ein bisschen. Memory 6% CPU liegt momentan bei 7%. Ich glaube, die alte Lampe mache ich mal aus. CPU bei 7%. Teilweise sogar noch darunter. Sehr schön. Also XFCE ist Weg der Wahl. Nehmen wir mal das. Oder ihr könnt auch mal Lubuntu probieren. Sehr schön. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und Tschüss.